Geschichten aus dem Pauliandergarten Und was darf es bei Ihnen sein? Guten Tag, ich hätte gern so ein großes Bier und einen schönen Bräuler mit Beilachen Was wollt Sie? So ein großes Bier und einen schönen Bräuler mit Beilachen So Freunde, jetzt lernst du zuerst einmal Deutsch und dann kommst du wieder Und besser Pauliander